Eine Einrichtung für Menschen, die unheilbar krank sind und die noch eine begrenzte Lebenserwartung haben von wenigen Tagen bis wenigen Monaten und die aufgrund der Schwere ihrer Krankheit ein hohes Maß von medizinischer und pflegerischer Versorgung benötigen. Also es ist letztlich so, dass Menschen, die hier aufgenommen werden, so betreut werden können, dass sie trotz ihrer schweren Krankheit und Hilfebedürftigkeit möglichst hohe Lebensqualität erhalten oder wieder zurückbekommen. Wenn jemand Schmerzen hat, muss klar sein, dass das als erstes behandelt wird, weil Lebensqualität erst dann wieder zurückkehrt, wenn alle Beschwerden gut unter Kontrolle sind. Das ambulante Hospiz begleitet Menschen in der häuslichen Umgebung, wobei es hier nicht um medizinisch-pflegerische Begleitung geht, sondern um menschliche Begleitung. Die Ehrenamtlichen sind regelmäßig zu Hause und haben Zeit. Es geht letztlich darum, dass diese Menschen aufgrund ihrer Ausbildung und Vorbereitung auf dieser Aufgabe ganz anders Zuhörer sein können als vielleicht Angehörige, Nachbarn oder Freunde. Das stationäre Hospiz ist letztlich eine Pflegeeinrichtung, die aber gleichzeitig auch medizinische Versorgung gewährleistet wie im Krankenhaus. Dass man die Fähigkeit hat, sich persönlich zurückzunehmen, nicht die persönlichen Dinge in den Vordergrund zu stellen, erstmal wirklich zuzuhören, jedem respektvoll und wertschätzend gegenüber zu treten. Ja, das Gefühl zu haben, das ist ein Tabuthema. Das muss ein selbstverständliches Thema sein, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Also wenn man es mal wörtlich nimmt, helfen wir beim Sterben, indem wir dafür sorgen, dass er würdevoll, dieser Mensch würdevoll versorgt wird und aufgrund einer guten medizinischen und pflegerischen Behandlung dieses Sterben nicht als etwas Schreckliches und Bedrohliches empfindet, sondern als etwas, was er leisten kann. Für mich ist immer der Marathonlauf ein gutes Bild. Wenn ich den alleine durchziehen muss, werde ich irgendwann einknicken und werde das Gefühl haben, ich schaffe das nicht. Wenn ich genügend gute Begleiter habe, solche, die mich anfeuern, die mir zur Seite stehen, die mir mal Wasser geben, die mir immer wieder auch den Zwischenstand zeigen, dann kann ich das schaffen. Im Grunde geht es darum, dass ich nie alleine das Gefühl habe, alleine zu sein. Und das ist Sterbehilfe im positiven Sinne. Das, was politisch, ethisch diskutiert wird, ist eine Frage, wo es um Tötung geht. Sterbehilfe im Sinne des aktiven Tötens eines Menschen, damit er sein körperliches Leid beenden kann, so wie er es empfindet, das ist eine völlig andere Dimension der Sterbehilfe. Und unser Ziel ist, Menschen dabei zu helfen, dass sie nicht leiden müssen in ihrer Sterbephase und gar nicht das Bedürfnis entwickeln, getötet werden zu wollen. Die Diskussion der Sterbehilfe ist eine Diskussion der Gesunden. Die Gesunden denken, wenn ich leide, möchte ich meinem Leben ein Ende setzen. Viele wissen nicht, dass man, wenn man gute medizinische Versorgung macht, eigentlich jegliches Leid auch nehmen kann. Im Grunde ist das immer eine indirekte Frage. Die Frage heißt, könnt ihr mir bei meinem Leid, bei der Leidminderung helfen, dass man eine gute medizinische Versorgung gewährleisten kann, ist in der Regel völlig ausreichend. Es gibt ganz wenige Menschen, die deswegen sich töten lassen wollen oder sich selber töten wollen, weil sie zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens die volle Kontrolle behalten wollen. Von der Leid, bei der Leid. Untertitelung des ZDF, 2020